Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sieht sich Wilsdorf und damit Rolex vor erneut schwierigen Zeiten. Zum einen wird der Export in andere Märkte Europas verschwert, zum anderen ist es erneut sein deutscher Name, der bei vielen Kunden für Unmut sorgt. Aber Wilsdorf setzt ein Ausrufezeichen, dass ihm zahlreiche britische Soldaten und auch Kunden nie vergessen werden. Denn als bekannt wird, dass viele deutsche Offiziere im Zweiten Weltkrieg britischen Kriegsgefangenen ihre Rolex-Uhren abnehmen, um diese selbst zu tragen, ordnet Hans Wilsdorf an, dass jeder britische Soldat, der sich eine Rolex-Uhr anschaffen will, bevor er in den Krieg zieht, seine Rolex erst zu bezahlen hat, wenn sie mit ihm aus dem Krieg zurückkommt.